Hi und herzlich willkommen! Mit diesem Audiotrainer wollen wir dich fit für deine Jagdprüfung machen. Der Audiotrainer soll dir dabei helfen, Inhalte zu festigen und dein Wissen zu prüfen. Wir empfehlen dir, ihn zusammen mit unseren Online-Kursen zu nutzen. Du kannst ihn aber auch eigenständig benutzen, um das erlernte Wissen aus der Jagdschule oder zum Beispiel deinem Lieblingsbuch zu festigen und zu prüfen. Damit wird der Audiotrainer dein idealer Begleiter im Auto, im Zug, gemütlich auf der Couch oder wo auch immer du etwas auf die Lauscher brauchst. Nun würde ich aber sagen, genug geredet, lass uns mit dem ersten Themengebiet starten und mit unserer gemeinsamen Jagd nach Wissen beginnen. Haarwild, Kapitel 12, Schalenwild, Muffelwild, Kurz und Bündig Die ursprüngliche Heimat des Muffelwildes ist der Mittelmeerraum mit seinen felsigen Regionen. Wie bezeichnen wir das Muffelwild im ersten, zweiten und dritten Lebensjahr? Die weiblichen Stücke bezeichnen wir im ersten Lebensjahr als Schaflamm, im zweiten Lebensjahr als Schmalschaf und ab dem dritten Lebensjahr als Schaf. Die männlichen Stücke bezeichnen wir im ersten Lebensjahr als Widderlamm, im zweiten Lebensjahr als Jährlingswidder und ab dem dritten Lebensjahr als Zweijährigerwilder. Im vierten Lebensjahr wird der Widder dann als Dreijährigerwilder bezeichnet und so weiter. Wann verfärbt das Muffelwild vom Winter zum Sommerhaar und vom Sommerhaar wieder zum Winterhaar? Im Mai verfärbt das Muffelwild vom Winter zum Sommerhaar und im September bzw. Oktober wieder vom Sommer zum Winterhaar. Stell dir vor deinem inneren Auge einen Muffelwilder im Winterhaar vor. Welche Besonderheit machst du aus? Im braunen bis schwarzbraunen Haarkleid ist sehr gut der weiße Sattelfleck zu erkennen, der auch als Schabracke bezeichnet wird. Auch die Brunftmähne fällt ins Auge, die wir beim Muffelwild als Brunftkragen bezeichnen. Muffelschafe haben keinen Sattelfleck und sind insgesamt auch schlichter gezeichnet. Wie nennen wir die Hörner des Muffelwidders? Und finden wir diese auch bei Muffelschafen? Die Hörner des Muffelwidders bezeichnen wir als Schnecken. Selten tragen auch Muffelschafe ein Gehörn. Wir sprechen dann von Stümpfen. Diese Stümpfe werden maximal 20 cm lang. Du beobachtest einen Widder, bei dem die Schnecken nach innen gestellt sind und schon fast in den Träger des Tieres einwachsen. Bleibt dein Finger gerade oder machst du ihn krumm? Im Sinne des Tierschutzes sollte das Stück erlegt werden. Es handelt sich hier um einen sogenannten Einwachsenen, der im Rahmen eines Hegeabschusses erlegt werden sollte. Wie würdest du die Ernährung des Muffelwildes beschreiben? Muffelwild zählt zu den Wiederkäuern. Es ist ein typischer Raufutteräser und äst überwiegend Gräser, Kräuter und Blätter. Ablegetyp oder Folgetyp? Was trifft auf das Muffelwild zu? Folgetyp Die Muffellämmer können den Schafen schon kurz nach dem Setzen folgen. Die ursprüngliche Heimat des Muffelwildes ist die Mittelmeerregion mit seinen felsigen Regionen. Hierzulande erkranken die Stücke manchmal an einer Krankheit, die die Schalen betrifft. Weißt du, welche Krankheit das ist? Die sogenannte Moderhinke. Weiche Böden sind für das Muffelwild nicht geeignet. Die Schalen nutzen sich auf weichen Böden zu wenig ab und es kommt zu Schalenauswachsungen, die sich eitrig entzünden können. In welchen Landschaften kommt das Muffelwild bei uns vor? Das Muffelwild kommt überwiegend im Flachland und in den Mittelgebirgen vor. Es bevorzugt lichte Mischwälder und Heidelandschaften. Muffelwild eugt besonders gut und kann in diesen Landschaften gut den Überblick behalten. Wann ist das Dauergebiss beim Muffelwild ausgebildet? Das Dauergebiss ist erst sehr spät ausgebildet. Mit ca. 45 Monaten. Muffelwild lebt gesellig in Rudeln. Welche Rudel können wir unterscheiden? Wir unterscheiden Widderrudel, in denen sich mittelalte Widder zusammenschließen, und Schafrudel. Schafe leben in Schafrudeln, die vom erfahrensten Schaf geführt werden. Ältere Widder sind Einzelgänger. Die Rudelzusammensetzungen sind aber sehr variabel und es werden auch geschlechtergemischte Rudel beobachtet. Wann findet die Brunft des Muffelwildes statt? Je nach Klima findet die Brunft von Oktober bis Dezember statt. Muffelschafe werden mit ca. 1,5 Jahren und Muffelwilder mit 1,5 bis 2,5 Jahren geschlechtsreif. Wie lang ist die Tragzeit des Muffelwildes? Die Tragzeit beträgt 5 bis 5,5 Monate. Dann werden ein, selten zwei Lämmer gesetzt. Die Lämmer werden für 5 Monate gesäugt. Wie nennen wir den weißen Fleck auf dem Rücken von Muffelwildern? Schabracke Wie nennen wir die Brunftmähne am Träger des Muffelwilders? Brunftkragen Richtig oder falsch Muffelwild ist größer als Rehwild und besonders schusshart. Richtig Richtig oder falsch Muffelwild hat wie Rehwild oder Dammwild 32 Zähne. Richtig Richtig oder falsch Muffelwild verursacht keine Schälschäden. Falsch Richtig oder falsch Muffelwild ist ein Ablegetyp und besitzt eine Kälberfleckung. Falsch Jagdpraxis Kapitel 7 Grundlegende Verhaltensweisen beim Flintenschuss Kurz und bündig Klar Während des Treibens trägst du deine Flinte geladen und gesichert. Aber wie sieht es zwischen den Treiben aus? Zwischen den Treiben ist die Flinte zu brechen und zu entladen. Als Brechen bezeichnen wir das Öffnen der Flinte. Eine gebrochene Flinte ist demnach eine Flinte, deren Läufe abgekippt sind. Ein Hase drückt sich in seiner Sasse. Schießt du ihn? Nein, der Schuss auf einen in der Sasse liegenden Hasen gilt als nicht weitgerecht. Du hast auf einen Hasen geschossen und getroffen. Nun schickst du deinen Hund zum Apport. Dein Hund übergibt dir den Hasen, der aber noch lebt. Was ist hier zu tun? Durch einen kräftigen Genickschlag mit einem Stock ist der Hase zu erlösen. Die Schrotgarbe trifft den Wildkörper. Aber wodurch stirbt das Tier eigentlich? Das Tier kommt hier nicht durch die Verletzung innerer Organe, wie zum Beispiel Herz oder Lunge, zu Tode, sondern durch einen Nervenendenschock. Wie erkenne ich einen tödlichen Treffer bei Federwild? Wenn Federwild tödlich getroffen wurde, dann fällt es wie ein Stein zu Boden. Wie erkenne ich einen tödlichen Treffer bei Haarwild, wie zum Beispiel bei Hase oder Kaninchen? Das flüchtende Stück überschlägt sich im Schuss. Man sagt es rolliert. Das Rollieren kann man auch bei flüchtendem Schwarzwild beobachten, das getroffen wurde. Die Nachsuche ist Pflicht. Wann erfolgt aber die Nachsuche nach dem Flintenschuss? Nach dem Flintenschuss erfolgt die Nachsuche unverzüglich. Der Hund wird hier zur Verlorensuche und zum Verlorenbringen geschickt. Wie erlösen wir verletztes Federwild? Durch Abschlagen, Kopf umdrehen oder Abnicken mit einem Weitmesser. Früher war es gebräuchlich, Federwild abzufedern. Macht man das heute auch noch? Nein, aus tierschutzrechtlichen Gründen hat das Abfedern zu unterbleiben. Jagdpraxis Kapitel 8 Grundlegende Verhaltensweisen beim Flintenschuss Ausführlich und präzise Vor der Schützenlinie flüchtet ein Hase. Er versucht, die Schützenlinie zu durchbrechen. Du hattest ihn schon aufs Korn genommen und ziehst jetzt durch die Schützenlinie mit. Hast du hier alles richtig gemacht? Nein, Nein, in keinem Fall. Man darf niemals mit der Flinte durch die Schützenlinie ziehen. Egal in welchem Fall, der Lauf darf nie auf Person gerichtet werden. Du musst entweder rechtzeitig vorher schießen oder darfst den Hasen erst hinter der Schützenlinie aufs Korn nehmen. Besonderheiten, in welche Richtung geschossen werden darf, gibt immer der Jagdleiter bekannt. Was verstehen wir unter dem Hinten? Wenn das getroffene Federwild nach dem Schuss steil nach oben fliegt, dann himmelt es. Kurz darauf fällt es verendet hinunter. Das Himmeln verrät uns, dass das Stück an Lunge oder Kopf getroffen wurde. Wie nennen wir es, wenn ein Stück Federwild an den Schwingen getroffen wurde? Das nennen wir Flügeln. Hier wurden die Schwingknochen durch den Schrotschuss zertrümmert. Federwild fällt dann flatternd zu Boden. Hühnervögel flüchten dann zu Fuß. Entenvögel tauchen ab oder schwimmen ins Schilf. Wenn das Federwild nur krank geschossen ist und ein Nachschuss sicher möglich ist, dann trage den Nachschuss immer sofort an. Im anderen Fall wird der Hund zur Verlorensuche und zum Verlorenbringen geschickt. Kapitel 9 Grundlegende Verhaltensweisen beim Flintenschuss wie aus der Pistole geschossen. Richtig oder falsch? Das Kontrollschießen von Flinten ist nicht notwendig. Falsch Richtig oder falsch? Die Faustformel für den Gefahrenbereich bei Schroten liegt bei Schrotkorngröße in Millimetern mal 10 Meter. Falsch Richtig oder falsch? Mit der Flinte jagen wir auf Entfernungen zwischen ca. 20 und 40 Metern. Unter 20 Meter ist die Schrotgabe noch zu eng beieinander, sodass entweder vorbeigeschossen wird oder bei einem Treffer das hochwertige Wildbrett völlig zerschossen wird. Bei zu großen Entfernungen reichen Deckung und Energie der Schrotgabe im Ziel nicht mehr aus. Richtig. Land- und Waldbau Kapitel 5 Landbau Nutzpflanzen im Ackerbau Kurz und bündig Im Ackerbau werden verschiedene Pflanzen angebaut. Neben ein paar Basics zu den Pflanzen solltest du in deiner Jagdprüfung in der Lage sein, die wichtigsten Vertreter zu erkennen. Deine Prüfer und Prüferinnen können dir Getreide, Hackfrüchte oder Kreuzblütler wie Raps und Trübsen oder Senf vorlegen. Zum Üben nutze hierfür auch die Abbildungen in unserem Kurs Land- und Waldbau und halte draußen die Augen offen. Also, legen wir los mit ein paar Fragen. Welchen Vorteil hat der Anbau von Wintergetreide für das Wild? Das Wild hat durch das Wintergetreide gute Äsungsmöglichkeiten in der vegetationsarmen Jahreszeit. Weizen, Rocken und Gerste werden als Sommer- und Wintergetreide angebaut. Welche Getreidearten werden bei uns ausschließlich als Sommergetreide angebaut? Nur als Sommergetreide angebaut werden Hafer, Hirse und Mais. In welchem Reifestadium ist Mais beim Schwarzwild besonders begehrt? Im Stadium der Milchreife. In welchem Monat wird der Mais gesät? Im Mai. Wann wird der Winterweizen gesät? Im Oktober, November. Warum heißen Hackfrüchte eigentlich Hackfrüchte? Hackfrüchte wachsen langsam und werden schnell von Unkräutern überwachsen. Diese Unkräuter müssen zum Beispiel durch Hacken entfernt werden. Deshalb Hackfrüchte. Welche Hackfrucht hat schöne gelbe Blüten und bietet dem Wild sowohl Blatt als auch Knollenäsung? Die Topinambur. Welche Getreideart wird auch zu den Hackfrüchten gezählt? Der Mais. Welche gelbblühenden Kreuzblütler haben große Bedeutung für den Anbau auf Wildäckern? Der Raps und der Senf. Wann blüht der Winterraps, der im August beziehungsweise im September ausgesäht wird? Der Winterraps blüht im Bonnemonat Mai. Im Herbst siehst du ein Feld mit Pflanzen, die kleine gelbe Blüten tragen. Ein ganzes Feld davon. Sieht aus wie Raps, aber um welche Pflanze handelt es sich? Es handelt sich um Senfpflanzen. Wäre es im Frühjahr, dann hätte es der Raps sein können, der zu dieser Jahreszeit blüht. Land und Waldbau Kapitel 6 Landbau Nutzpflanzen im Ackerbau Ausführlich und Präzise Warum nennen wir die Getreide Sommer- und Wintergetreide? Je nachdem, wann das Getreide ausgesät wird, nennen wir es Sommer- oder Wintergetreide. Das Wintergetreide wird circa im Oktober gesät und im Sommer des Folgejahres geerntet. Das Sommergetreide wird circa im März gesät und im Sommer desselben Jahres geerntet. Viele Getreide werden als Wintergetreide ausgesät. Welchen Vorteil hat das? In der Regel kann man bei Wintergetreiden mit höheren Erträgen rechnen. Die Herbst- und Winterfeuchte kann so von den Pflanzen ausgenutzt werden. Die kleinen Pflanzen stehen im Frühling schon in den Startlöchern und können die Frühlingswärme zum Wachsen nutzen. Außerdem bietet das Wintergetreide dem Wild in der äsungsarmen Jahreszeit eine zusätzliche Nahrungsquelle. Körnermais, Silomais, Grünmais. Mais wird auf verschiedene Arten genutzt und auf 20% der Fläche in Deutschland angebaut. Als Jagende ist die Wahrscheinlichkeit also sehr hoch, dass wir in den Revieren mit Mais in Berührung kommen. Kannst du ein paar Fakten zu den verschiedenen Nutzungsarten sagen? Der Körnermais wird ähnlich wie zum Beispiel der Weizen oder der Rocken getroschen und nur das Maiskorn wird verwendet. Alles Übrige verbleibt als Stroh auf dem Feld. Beim Silomais wird die gesamte Pflanze geerntet. Nur Stoppeln verbleiben auf den Ackerflächen. Verwendet wird das Silomais für die Biogaserzeugung oder als Rinderfutter. Beim grünen Mais wird auch die gesamte Pflanze geerntet, nur Mais Stoppeln verbleiben auf dem Feld. Der grünen Mais wird als Viehfutter verwendet. Welche Hackfrüchte kennst du? Hier könntest du aufzählen die Kartoffel, die Futterrübe oder auch Runkelrübe genannt, die Futtermöhre, die Zuckerrübe und die Topinambur, die Stoppelrübe, die Kohlrübe und Mais. Bei den Hackfrüchten liegt der Fruchtschatz unter der Erde. Oben sehen wir das Grün auf den Feldern, unter der Erde finden wir die Kartoffelknollen, die Möhren und Rüben und die Knollen der Topinambur. Welche Hackfrucht wird mengenmäßig mit Ausnahme von Mais am häufigsten angebaut und ist durch Schwarzwild gefährdet? Die Kartoffel Schwarzwild macht sich sowohl an den frisch gelegten als auch den reifen Kartoffeln zu schaffen. Auch beim Rotwild ist die Kartoffel beliebt. Die grünen Blätter werden geäst und die Kartoffeln mit den Vorderläufen freigeschlagen. Land und Waldbau Kapitel 7 Landbau Nutzpflanzen im Ackerbau Wie aus der Pistole geschossen Richtig oder falsch Wintergetreide heißt Wintergetreide weil es im Winter gesät wird. Wintergetreide bietet dem Wild Äsung in der vegetationsarmen Zeit. Richtig Richtig oder falsch Hackfrüchte wachsen langsam und werden durch Hacken von Unkräutern befreit. Richtig Richtig oder falsch Raps und Senf haben beide weiße kleine Blüten. Falsch Richtig oder falsch Raps blüht im Herbst. Falsch Jagdrecht Kapitel 10 Jagdschein Kurz und Bündig Welche Dokumente musst du bei dir haben wenn du auf der Jagd bist? Das sind Jagdschein Waffenbesitz Karte Personalausweis und gegebenenfalls Jagderlaubnis. Du möchtest dich einem neuen Hobby widmen und dich der Falknerei verschreiben. Was muss man für die Erteilung eines Falkner Jagdscheins tun? Neben der Jägerprüfung ist eine Falkner Prüfung abzulegen und zu bestehen. Die bestandene Jagdprüfung gilt bis zu deinem Lebensende wird immer Voraussetzung zur Teilung eines Jagdscheins sein. Aber den Jagdschein gibt es mit unterschiedlichen Gültigkeitsdauern. Welche sind das gemäß Bundesjagdgesetz? Wir unterscheiden den Drei-Jahres-Jagdschein der für drei Jahre gültig ist. Den Jahres-Jagdschein gültig für ein Jahr und den Tages-Jagdschein der für 14 aufeinander folgende Tage Gültigkeit besitzt. Wem musst du deinen Jagdschein auf Verlangen vorzeigen? Polizeibeamten und Jagdschutzberechtigten wie zum Beispiel Förstern, bestätigten Jagdaufsehern oder Bediensteten der Jagdbehörden. Welche Person darf ein Jugendjagdschein erteilt werden? Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht 18 Jahre alt sind. Was ist mit dem Jugendjagdschein erlaubt und was ist verboten? Erlaubt ist, die Jagd aus Übung in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer schriftlich beauftragten Aufsichtsperson, die jagdlich erfahren sein muss. Verboten ist die Teilnahme als Schütze oder Schützin bei Gesellschaftsjagden sowie der Besitz unter Werb von Munition und Schusswaffen. Jugend Jagdschein Inhaber haben keine Waffen Besitzkarte. Jagdrecht Kapitel 11 Jagdschein ausführlich und präzise Nenne zwei Gründe, bei denen der Jagdschein versagt werden muss. Hier könntest du zum Beispiel nennen Personen, die noch nicht 16 Jahre alt sind. Personen, bei denen keine persönliche Zuverlässigkeit vorhanden ist. Personen, die nicht die körperliche Eignung haben. Personen, denen der Jagdschein entzogen wurde oder die einer Jagdscheinsperre unterliegen. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung nachweisen können. Nenne zwei Gründe, bei denen der Jagdschein versagt werden kann. Hier könntest du zum Beispiel nennen erstens Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Zweitens Personen, die nicht Deutsche sind. Drittens Personen, die nicht für mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz in Deutschland hatten. Viertens Personen, die gegen Grundsätze der Weitgerechtigkeit schwer oder wiederholt verstoßen haben. Nenne drei Gründe, die dazu führen, dass Personen als nicht oder in der Regel nicht zuverlässig gelten. Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen bestehen, dass Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwendet werden, Waffen oder Munition nicht sorgfältig verwahrt werden, mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgegangen wird. Waffen oder Munition an nicht berechtigte Personen überlassen werden. Die Zuverlässigkeit besitzen Personen in der Regel nicht, die wegen eines Verbrechens oder einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 60 Tagessätzen verurteilt worden sind oder die geschäftsunfähig, trunksüchtig, rauschmittelsüchtig oder geisteskrank sind. Jagdrecht Kapitel 12 Jagdschein wie aus der Pistole geschossen Richtig oder falsch Für die Jagdausübung gelten die gleichen Promille Grenzen wie für den Straßenverkehr. Falsch 0,0 Promille gelten bei der Jagd. Richtig oder falsch Ohne eine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung bekomme ich keinen Jagdschein erteilt. Richtig Richtig oder falsch Der Jagdschein ist überall in Deutschland gültig. Richtig Richtig oder falsch Die für deinen Wohnsitz zuständige untere Jagdbehörde ist für die Erteilung des Jagdscheins zuständig. Richtig 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 Untertitelung des ZDF, 2020